hallo und herzlich willkommen zurück zu warlock master of the arcane wir sind hier gerade dran und drauf und drüber und links und rechts den avatar des lunort zu töten oder falls er überhaupt einen materiellen körper hat zu töten jetzt sind noch wehrwölfe so komm schon ich habe das gefühl hier blocken wieder keine zeichen auf so was macht okay keine einheit verloren genial theoretisch wäre jetzt eine heilung angebracht statt levitationen und teleports teleport teleportation natürlich teleportation hier habe ich eine ideelle portation jetzt kommt schon ich will den mit dem drachen den avatar zerstören okay folgendes eine level ab für ja interessiert uns alles gar nicht upgrades brauchst du auch keine wozu denn auch okay lassen wir mal die levitation obwohl das keine so gute idee war aber jetzt können wir mit der großen heilung ich bin jetzt gerade etwas verplant also keine sorge bedürft ihr unserer dienste ich habe eigentlich gedacht dass ich dich heilen soll unheilbar ich hasse dich na greift einfach an deine letzte tat hier auf dieser welt minus zehn schaden nur für respekt minus 33 und sogar ein level ab kraft der einheit bedürft ihr unserer dienste so hier können wir elfenpfeile schön wie ihr wünscht kasum minus 35 schaden wird ja immer besser jetzt haben wir ihn schon bei siebenhundert neunundvierzig lebenspunkten schön 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 so hier schon klar tuk 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 der ist jetzt auch mal weg hier schatten des vendral ich lerne erst mal sprechen wie lang braucht eigentlich unser zweiter goldener drache und hier werde ich mal wieder meta teleporter in auftrag geben unser goldener brache unser goldener brache braucht noch zwei runden okay hier plünder aktion ladys könnte ich eigentlich hoch schicken oryx kettenröstung und 195 mana den ohr teilen ähm ja du kommst mal nach vampirium warum denn nicht okay fünf kamen den den ich brauch mal theoretisch auch nicht hallo feuer elementare links oder rechts ich schätze eher mal nach links obwohl da ist eine einheit naja was soll's hier nach links können wir hier auch noch das restliche stückchen so hier die kraken jetzt eigentlich total unwichtig sind aber na ja was man hat das hat man so euch beide noch sind beide weg nein bloß eine okay immerhin handwerker viertel und handwerker jetzt möchte ich gern wieder zum avatar switchen was passiert eigentlich wenn man lehrtaste drückt gar nichts weil bei einigen spielen wenn man die lehrtaste drückt kommt man immer zum letzten ort des kampfgeschehens wird zum letzten kampf geschehen zum letzten ort wo kampf stattfand so wie auch immer okay du bist jetzt tschüss aber ich finde es toll dass er immer wieder zurück kommt zurück zurück die see schlangen und hier die zauber fähigkeiten sind momentan viel zu kostbar und zauber auf die sehschlangen zu schicken wenden anzuwenden zu verbrauchen malqua segelfetz einen nahkampf fels magierritter immun gegen nahkampf fernkampf und tod nahkampf fernkampf tot also dich heuer ich schon mal an hier nahkampf waffe magischer gegenstand magischer gegenstand wir haben viel zu viele gegenstände ach du heilige also gegen nahkampf fernkampf ist immun das heißt die rüstung brauchen wir nicht kraft einheit plus 10 resistenz plus 40 tot gegen tod war auch immer ab so ein gedächtnis magische waffe feuerball hinzufügen lust zehn prozent nachhand plus 25 prozent wie viel macht er denn schaden er macht bloß tod schaden okay die cortana klinge schaden plus 25 prozent geist das gefällt mir cortana klinge cortana klinge hier feuersturm elementare stanz und das brauchen wir auch mal kraft der einheit plus zehn leben und tod 25 elementar gibt man ihm zwei handschuhe weil er hat ja auch ganz viele hände hier bauen wir ein fischerdorf warum denn nicht warum denn schon keine ahnung ich wollte ja eigentlich hier rüber schicken aber warum denn auch okay was wollte ich jetzt noch mal machen also hier mal angreifen level up schaden plus 20 fernkampf resistenzen sind jetzt vollkommen egal weil sie sowieso nicht viel aushalten und jetzt haben wir ihn runter auf fast 700 okay kann man bloß so verrückt sein und ne groß macht die sich auf der ganzen welt ausgebreitet hat mit einer stadt den krieg zu erklären und ich hoffe wir können die goldenen drachen den zweiten noch mal ausbilden bevor regeneration ja der teleport war jetzt auch gut gewesen aber aber nicht du brauchst jetzt noch 12 normal 123 runden dann bist du am ort des geschehens du kannst von hier aus nichts machen darum bleibst du einfach da so was kann ich jetzt eigentlich noch tolles machen wen soll ich rüber schicken irgendeine fernkampfeinheit so hier plündern wir mal das kraken ist und finden 220 gold du bekommst natürlich alles obwohl wir obwohl wir jetzt überhaupt kein gold mehr haben aber du machst auch überhaupt keinen schaden eigentlich fliegen kannst ja auch nicht du wirst jetzt einfach mal hier wachen ja ja schon klar und ich glaube ich schicke mal laddys hoch euch brauche ich nicht na den quarteljäger beziehungsweise ich könnte eigentlich zack 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 schicke ich mal hier den quartelhexenmeister rüber von wo aus kannst du noch angreifen von gar nirgendwo nicht gut du kommst einfach mal hier hin kurs des itzlachkolo okay itzlachkolo okay genau für eine heilung oder nee machen wir machen wir machen wir machen wir machen wir machen wir einen metateleport und ich glaube danach reicht es erstmal rekrutierung ist abgeschlossen von mark war segelfetz ist gut so jetzt greift er wieder okay die einheit ist wie gesagt jetzt weg das mag mir jetzt auch nicht gefallen dass hier alle sind sehschlangen 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 theoretisch bräuchten wir bloß noch okay bis zur runde 300 schaffen wir es noch das müsste jetzt folge 38 sein ich möchte das noch gerne bis 40 machen weil wie gesagt habe ich danach keine keine thumbnails mehr es ist wäre ja kein großer aufwand neue zu machen aber es würde sich halt perfekt treffen so jetzt können wir hier aus allen rohren schießen von hier aus von da aus du ziehst dich hier auf das ding zurück greifst von da aus an du kommst hier hin du da hin okay ähm folgendes wo bist du in aschwell ne äußeren ebenen ladis komm her ich schicke dich in den tod nämlich hier hin greif den hier mal an dann noch eine große heilung oder eigentlich müsste eine normale heilung erreichen zwölf leben wie viele hast du ne das reicht nicht ok große heilung große heilung große heilung für dich bei den goldenen drachen möchte ich wirklich sehr ungern verlieren ja ok so du greifst mal den hier an du greifst den hier an minus 64 ok super du greifst hier an du greifst da an wir haben ihn jetzt schon auf 600 lebenspunkte runter gebracht genial also lang wird es wirklich nicht mehr dauern eine level ab ein total sinnloses level ab ähm so dun 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 ja 25 nahkampf was solls so der leh wieder da äh wo war ich grad stehen geblieben achso äh ich möchte frieden mit aschhaar ich möchte frieden mit aschhaar und aschhaar hört akzeptierst du ich weiß es nicht so unser goldener drache ist hier der erhält mal auch alles mögliche so und jetzt muss ich das telefonat abziehen beziehungsweise je nachdem wie ich schneide wie ich schneiden kann wisst ihr gar nicht ob ich telefoniert habe oder nicht es ist grad etwas sinnfrei aber ok also falls ich so geschnitten habe dass man das telefon nicht hört dann habe ich telefoniert und falls man das telefon hört dann wisst ihr ja dass ich telefoniert habe was für eine luch ok 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 hier minus 61 das ist auch ganz schön so das kragen ist hier ist ja weg das heißt noch drei kragen und dann schicken wir die hau mal weg ok 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 du bist auch gleich da das freut mich und wo ist der andere hier ist der andere 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 okay noch eins bitte so eine heiler einheit können wir noch ziehen nämlich die hier die ich bauen wir nicht rekrutierung ist abgeschlossen vom drachen ist klar so wen theoretisch geht er jetzt entweder auf naja mal schauen du siehst weg der avatar ist ein ganz schöner weichei ein ganz schöner weichei was für deutsch ist das schon wieder in stresssituationen bin ich etwas wirr mit der zunge was dampft da eigentlich okay hat eine neue anfrage erhalten herr ja ja schon klar hier große heilung für eigentlich überhaupt niemanden hallo was suchst du jetzt da unten komm gefälligst drauf hier unten kann man dich ja nicht treffen super moment wenn ich darunter ziehe kann ich nicht mehr angreifen nein verdammt verdammt so elfen pfeil bitte das war jetzt eine totale sinnfreie logik dich ziehe ich hier hin dass wenn er uns angreifen will bloß ein einen held zerstört anstatt zwei und jetzt habe ich die heilung für eigentlich gar niemanden kann ich dich betäuben ich glaube nicht warum denn auch wäre viel zu schön gewesen jetzt gehen wir dann lebens quatsch jetzt geht wieder so ein zeug da verloren super theoretisch könnte ich jetzt zaubern oder nie ich hole noch ein paar einheiten wenn ich die meter teleport wieder finde meter teleport ok wen kann ich den schicken theoretisch schicke ich den quadljäger auch noch hin und zwar 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 hier oben hin oder hier unten hier unten hin dann ist silberhausen auch mal geschützt ein wenig zwar nicht sonderlich viel aber immerhin und theoretisch hätte ich auch noch den roten drachen wegschicken können aber errichtet einen dauerus tempel warum ja ok wir nehmen an warum ist die burg ausgewählt welche burg ist denn überhaupt angewählt ok das war jetzt seltsam so der hier ist auch mal weg oder eben nicht sobald die zwei elementare auch mal weg sind schicken wir dich auch mal runter mal 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 alles mal wir könnten auch plus und minus rechnen ich weiß nicht ob das so eine tolle idee ist ja klick 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 daneben klick 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 ok du kümmerst dich jetzt auch mal hier um die kragen je schneller das geht desto schneller ist man fertig auch eine super logik okay du gehst jetzt hier runter und greifst die zwei an das funktioniert ja auch prima eine ist weg die anderen zwei sind zusammen okay so hier tucker rüber sehschlange du kommst hier jetzt mal runter ja naja ist wir auch egal so viel zeit muss sein du kannst von hier aus gar nichts machen sie ist er einfach hierhin oder hierhin du ziehst hierhin theoretisch müsste er jetzt hier hinkommen weil das eine strategisch strategisch wichtigste position wäre für so du bist jetzt auch mal weg und drei einheiten können wir noch ziehen vielleicht schon wieder eine krake aufgetaucht jetzt kommt schon du kannst hier wachen wir haben mittlerweile ja wieder frieden mit schare rekrutierung vom roten drachen bauarbeiten vom fischerdorf euer angebot wurde aktiviert dass wir uns einst widersprechen ok zug beenden und okay hat alles super funktioniert genauso wie gedacht gott ist vorhersehbar ja und die sehschlange hat sich natürlich wieder hoch gehielt warum denn auch nicht wegen diesen zwei sehschlangen verflämper ich jedes mal zwei minuten wenn es hoch kommt okay eine minute ja ja greift durch golden egg an so kannst du kannst du nicht doch du kannst super dann wirst du hier mal angreifen und in der nächsten runde kümmern dich zum zwei wir könnten sich eigentlich jetzt schon hoch schicken da kannst du zwar nicht angreifen aber ja dann bist du schon mal hier wir könnten ihn theoretisch einkesseln und das werden wir auch gleich machen das licht war wird nicht lange eingekesseln bleiben aber immerhin ein falsch immerhin ein wenig warum habe ich das fenster weg gemacht keine ahnung so die schicke ich hierhin mit dem komme ich hier und greife dich ja und theoretisch bräuchte ich jetzt ganz viele heilungs zauberer große heilung für den schwarz magier große heilung schon mal in auftrag geben so hier wird angegriffen mit dir kann ich ja nichts machen hier wird angegriffen hier wird angegriffen ein level up für vinera du greifst einfach zu an für dich eine level up mobil nach angriff das ist schön jaha okay einheiten ziehen du okay du okay du bist auch gleich am ort des geschehens du greifst jetzt mal die letzte krake an und hoffentlich auch hoffentlich bleibt das so dass das die letzte krake ist reparatur gefällt mir du bist weg mach schneller und du bist auch weg hier ist das portal okay du bist nicht weg super warum denn auch du kletterst jetzt mal durchs portal du musstest du müsstest eigentlich bei portalistik rauskommen oder tatsache du bist jetzt na jetzt wollt ihr grad nicht scrollen du kommst jetzt mal hier hin mal schauen wie viele einheiten noch überleben werden ja ja schon klar und gehöft wurde gebaut zug beenden das interessiert mich jetzt nicht sonderlich wie die krake hier rum schwimmt ich glaube ich werde sie auch einfach überleben lassen warum denn nicht sie hat uns ja eigentlich nichts getan theoretisch wäre jetzt auch die folge aus ich habe allerdings noch telefoniert also weiß ich im endeffekt nicht wie viel ich schon habe und wie viel ich noch haben werde und er hat uns nicht angegriffen seltsam aber in ordnung dann werde ich dich mal heilen dich mal heilen dich mal heilen und ähm wo war er jetzt der meta teleport meta teleport beziehungsweise ne Moment dich schicke ich hier mal weg dann kann ich den meta teleport anwenden auf falsch zum beispiel den roten drachen hier schick den hier hin und kann noch einen meta teleport in auftrag geben ok folgendes du greifst hier an oben schütze der helia du kannst ja nichts weiter machen 491 lebenspunkte jetzt hat er noch 477 lebenspunkte 467 445 ein level up 429 411 411 und 385 hat er noch das gefällt mir also in der nächsten folge wird das ganze projekt sich dem ende zuneigen dann kommt der armageddon modus und da werde ich hoffnungslos verzweifeln ähm plus 30 nahkampf warum nicht so du plus 30 nahkampf ist schön du plus 25 prozent der geist gefällt mir du bist jetzt noch mobil das gefällt mir das gefällt mir jetzt eigentlich nicht so sonderlich aber ok kannst du nein du kannst nicht ganz bis runter schade aber du bist auch schon mal da so mit dir können wir hier auch mal angreifen jetzt hat er noch 374 schaden mhm ja lass den blitz elementar in ruhe komm einfach vorbei ähm ja ok wenn du immer noch hier bist tschüss krake und 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 irgendwie fehlt mir hier grad so ein bisschen die musik es fällt mir erst jetzt auf aber irgendwie habe ich die ganze folge noch keine musik gehört die bauarbeiten sind abgeschlossen vom geöffnet und jetzt äh wo bist du hier bist du unser avatar hat noch 300 also nicht unserer sondern der des lunort hat noch 374 lebenspunkte von 1000 das heißt nächste folge werden wir das projekt beenden indem wir den avatar zerstören und ja dich werden wir nicht ganz erforschen aber das ist ja nicht so schlimm also dann wie immer gilt grüßli euer mister kurzi